Herzlich Willkommen im Floristikstudio, liebe Zuschauer. Ich bin Sandra Schmidt. Sicherlich sind auch Sie ein Fan von diesen tollen Christrosen oder auch Helleborus genannt. Es gibt einfach so viele Sorten. Aber eine Sorte ist ganz besonders faszinierend, die Verbum Beauty. Sie hat strahlend weiße Blüten. Die Pflanzen sind unglaublich kompakt und sie bringen eine riesige Vielzahl an Blüten hervor. Ich zeige Ihnen nun ein paar floristische Arbeiten mit der Verbum Beauty und ein gepflanztes Arrangement möchte ich Ihnen ganz genau erklären. Sie benötigen dazu eine betonfarbige Pflanzschale, eine Drainage, ein hochwertiges Pflanzsubstrat, flach geschnittenes Filzband, verschiedene Zapfen, wir haben diese mit grauer Abtönfarbe veredelt, Holz- und Kokossterne, knochig skurril gewachsene Zweige und trockene Staudenranken, wie zum Beispiel diese Kletten und etwas Moos zum Abdecken. Auf die Drainage fülle ich nun ein ganz hochwertiges Pflanzsubstrat. Ich setze die Pflanzen ganz bewusst asymmetrisch in die Schale. Nachdem Sie die Schale fertig gepflanzt haben, denken Sie bitte an einen ausreichend breiten Gießrand. Ich decke nun die Pflanzerde mit Moos und mit Flechte ab. Nun beginne ich mit der Gestaltung. Ich nehme zunächst diese skurril gewachsenen Naturschönheiten und diese ganz bewusst asymmetrisch gepflanzten Christrosen, die kommen mir jetzt wirklich zugute. Einfach mit dem Steckdraht eine Gabel, um die Zweige zu fixieren. Den Zapfen habe ich bereits angedrahtet. Als nächstes diese tollen Ranken von der Klettenstaude, die jetzt hier auch mit ihrer verwaschenen Farbigkeit einen ganz tollen Kontrast zu den leuchtenden Blüten bilden. Die Staunenranken, die hafte ich mit den Efeunadeln. Und dann lasse ich dieses tolle Filtband mitlaufen. Als nächstes kommen meine Kokos- und mein Holzstern zum Einsatz. Kokossterne lassen sich super drahten. Einfach die spitze Seite des Steckdrahts in die Seite pieken und den Draht dann umbiegen. So, meine Schale ist fertig. Und zu diesen traumhaften Christrosen passt ganz toll das Raue, das Natürliche, diese verwaschenen Farben, die skurrilen Zweige, die stehen in einem super Kontrast zu diesen ganz feinen Blüten. Und das ist der Trend Nordic Nature. Woran erkennt man eigentlich die gute Qualität einer Christrose? Und was ist ganz genau das Geheimnis für diese unglaubliche Blühfülle? Das und ganz viel Wissenswertes erklärt uns der Experte Jos Verboom. Seine Familie produziert in den Niederlanden diese besondere Christrosensorte. Jos, verrate mir, was ist das Besondere an euren Pflanzen? Das Geheimnis von unserer Pflanze, das liegt versteckt in den Topf. Dafür habe ich diese Pflanze mitgebracht und daran kann man genau erkennen, wo wir als Gärtner auf achten. Wir achten darauf, dass die Pflanze dickfleischige Butzen entwickeln und dadurch kann die Pflanze durch die geladene Batterie je nach Topfgroße bis zu 60 Blüten entwickeln. Wie lange halten die Verboom Beauty eigentlich Jos? Die Verboom Beauty ist eine kräftige Pflanze, die hält spielenderweise vier bis sechs Wochen im Innenraum. Und da die Pflanze an diesem Zeitraum keine Blätter hat, kann man die Blütenpracht extra gut genießen. Aber eigentlich Jos, sind es doch Outdoor Pflanzen. Was mache ich also damit, wenn ich die nach Weihnachten in den Garten pflanzen möchte? Die Pflanze, die kann man ins Beet oder in den Kübel pflanzen. Allerdings sollte man das nicht bei extremen Frost machen. Aber besser, wenn da ein bisschen moderatere Temperaturen sind. Dann wachsen die Pflanze gut an und dann hat man in den nächsten Jahren noch eine ganz große Freude an denen. Dankeschön Jos für diese wissenswerten Tipps. Ja, liebe Zuschauer, eben habe ich Ihnen eine große Pflanzschale gezeigt, aber auch viele kleine Werkstücke sind für dieses Thema Nordic Nature möglich. Wir haben hier zum Beispiel einfache Blechgefäße mit unterschiedlichen Materialien umwickelt. Mit Filz, mit diesen Naturprodukten wie der Flechte oder auch mit Leder. In all diesen kleinen Werkstücken kommt die Verboom Beauty wunderbar zur Geltung. Ich verabschiede mich nun an dieser Stelle und wünsche ihnen noch viel Spaß bei unserer wahren Präsentation, die wir für sie vorbereitet haben. Mit der Verboom Beauty und unseren Floristik Ideen gelingt ihnen sicherlich eine erfolgreiche Saison. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zu nächsten Mal.